gut an der kiste brauchen wir eigentlich nicht der raum warte mal da unten ist es aber auch noch kommen wir doch mal hinunter sieht nicht so aus langer lauf okay ich hätte das vorher kontrollieren sollen was muss ich lernen dass man sich vorher überprüfen sollen wir noch irgendwas liegt dann können wir aber noch mehr vielleicht einmal immer die munition machen sollen ja ist ja wurscht ist ja wurscht wo war das schießpulver müssen da unten irgendwo das war hier wo warte mal das muss ich kurz überlegen wir haben schon die zwei sicherungen das heißt die zombies stehen dann gleich wieder auf und gehen wir so noch mal schön zurück genau wie konnte ich das übersehen das ist ja fast unmöglich so müssen wir da lang kommen wir nie kommen wir nicht okay dann müssen wir rauf einmal nach oben bitte so da müssten wir theoretisch lang jawohl hier haben wir es habe ich tatsächlich übersehen aber irgendetwas finden wir noch was ist hier sicherung ah wir haben es auch noch nicht drauf gesammelt fahren wir wieder hinunter aber nicht hier sondern hier aber das wollte ich jetzt nicht das holen wir noch mal so und hier jetzt hinunter fahren das heißt wir haben nur ich bin mir um die fliege ah ich dachte das habe ich schon mal da au und weißt was ich habe mal von denen haben wir auch noch etwas was passiert da gerade ok ähm schnell zugriff auf die 3 alles klar dann gehen wir ist das richtig ja genau so jetzt sobald wir die sicherung nehmen dann sollte aber der raum blau sein ich hoffe es ich hoffe es wirklich ah den haben wir ach so genau dann war ja unser inventar voll ok passt 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 so ok ja gott sei dank oh der raum ist blau überwachungsraum ok da sind wir uns gleich an speichern wir gleich nochmal ab dann rüsten wir gleich die schrot aus weil wir wissen jetzt schon was passiert so die stehen jetzt gleich auf ist das hier der raum der noch rot ist ja ok vielleicht liegt das daran weil der erste stock da noch rot ist ouch ganz ruhig okay weiß nicht ob der nochmal aufgestanden wäre aber es sah so danach aus so einmal das hier das war also so ok ok der raum ist immer noch rot ich hoffe das hängt mit dem raum zusammen der jetzt da oben ist wir werden es gleich herausfinden Mist ist abgehauen so was war denn das hier das was hat er hier drin gemacht langer Lauf ok ich glaube das ist relativ cool langer Lauf MAG Spezialzubehör für die 45AE Lightning Hawk mindert den Rückstoß und beschleunigt die Geschosse was den Schaden erhöht das hört sich cool an so ok ja passt alles blau perfekt ok so dann hat er uns eigentlich verletzt ganz leicht ok ich nehme mal trotzdem nichts mit oder keine zusätzliche Heilung auch wenn ich befürchte dass jetzt irgendwas kommt aber sonst laden wir einfach nochmal so ähm am am jetzt haben wir hier noch irgendetwas da mal was unfertiger Bericht 26. September 13 Uhr Raccoon City infiltriert sporadische Unruhen Beginn der Mission 19.30 5 RPD Polizisten gegen ein Pack von 20 beobachtet Polizisten in 20 Minuten dezimiert 27. September 12 Uhr Testlauf an der Universität ähm Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet 64% Infektion und Verwandlung in zwei Stunden keine Überlebenden 23 Uhr erfolgreiches Treffen mit MVcon Kolonne werde ersten Versuch bei Dämmerung starten 28. September 4 Uhr 30 Pakt zum Gefechtsstand umgeleitet Ergebnis nächtliches Gefecht in geschlossenem Bereich mit großer Anzahl Kämpfer Video beigehängt Oh das will ich sehen 8 Uhr Ende des Gefechts 7 Überlebende 18 Uhr Unbekannte Biowaffe wurde am Punkt D18 eingesetzt Verfolge sie wie befohlen Sie scheint auf der Jagd zu sein 20 Uhr Beobachte zwei Stars Ein Mann infiziert und eine Frau Die Biowaffe verfolgt die Frau Okay Da ist wohl Nemesis gemeint und der Mann war Brad 29. September 0 Uhr Die Frau J.V. steht wohl für Jill Valentine hat Kontakt zur MV Was ist MV? Kolonne aufgenommen Also die MV Kolonne wird wohl die USB-C Truppe da sein Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechen der vom Project N für Nemesis Untersuche weiter 4 Uhr Habe beobachtet wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt Sie scheint stadt Stark 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 Äh Fixiert Auf die Terminierung von Jill Valentine und kennt den Aufbau der Stadt 7 Uhr Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen Jill Valentine ausgelöst Video angehängt Jill Valentine wurde infiziert und ist bewusstlos Habe wie befohlen Proben gesammelt 30. September Halb 1 Mehr als 17 Stunden sind verstrichen seit Jill Valentine dem Virus ausgesetzt war Sie verwandelt sich nur langsam Was naheliegt, dass sie resistent ist 4 Uhr Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV Kolonne Carlos Oliveira an sich gebracht und an Jill Valentine verabreicht Erwartet Jill Valentine in 20 Stunden nach Verabrechnung dieser Die Biowaffe scheint eindeutig Project Nemesis zu sein Kontakt zu Jill Valentine lässt sich verändern und entwickeln Lässt sie sich verändern und entwickeln Werde weitere Begegnungen anregen um präzisere Daten zu erhalten Von wem sind das von Nikolai? Aber hat er das alles mitbekommen mit der Infizierung und so Hat er uns beobachtet? Oder eventuell von diesen Tyrell? Ich weiß nicht, ok Jill! Tyrell! Hab sie erreicht Sie geben uns ne Chance Sie stoppen den Angriff, wenn Und das ist ein verdammt großes, wenn Wir ihnen den Impfstoff liefern Bevor sie starten Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht Dann lass uns keine Sekunde verschwenden Hier lang! Ja, weil es sieht auch nicht mehr so fit aus Ich möchte nochmal abspeichern Warte mal ganz kurz Tyrell Das ist mir noch wichtig Ok, jetzt geht's los Der Impfstoff ist weiter vorn Ok Mir gefällt der Gang gar nicht Sicher? Du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon Ok Erledigen wir das Ok Ok Tyrell! Jetzt! Geh weiter, wir sind fast da Scheiße. Errungendschot freigeschaltet auf den Fersen. Ich habe es gerade gelesen, auf die Fresse. Ah, der arme Tyrell. Schade, schade, der war mir doch sympathisch. Okay. Ja, Nemesis lebt. Huh. Was für ein Wunder. Okay. Nest 2 Nest. Haben wir nicht von Nest schon in... Nest 2 sicher, die Untergrundanlage bei Resident Evil 2. Die... Wo war die? Nicht unter dem Polizeirevier, sondern... Ich dachte, wir waren im Polizeirevier. Dann waren wir im Weißen Haus. Kanalisation. Wie sind wir da an die Untergrundanlage gelangt? Weiß ich nicht mehr. Aber die Untergrundanlage hieß ja auch Nest. Und hier jetzt wieder. Ich lasse mich hier gerade etwas abbrausen, damit wir wieder sauber werden. Wo war denn das, dass mir das nicht mehr einfällt? Wo waren wir vor der Untergrundanlage? Wir waren in der Kanalisation oder ging es von der Kanalisation aus in die Untergrundanlage? Ich halte das nicht mehr ein. Weiß ich nicht mehr? Okay. Ausgrund eines Ausnahmestandes ist eine teilweise Ablegelung in Kraft. Mitarbeiter wird empfohlen, dass zum Abschluss der Evakuierung ständig einen Sicherheitsschlüssel mit sich beführen. Okay. Das ist lockt. Sprich, da kommen wir nicht durch. Okay. Ist der... Ja. Da kommen wir theoretisch rauf. Oder wir gehen da lang. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst da lang. So, hochwertiges Schießpulver. Das gefällt mir eigentlich wieder sehr gut. Irgendwas hinkt mir noch. Okay, ich würde sagen, wir gehen da lang. Okay, ich würde sagen, wir gehen da lang. Okay, ich würde sagen, wir gehen da lang. Okay, 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 wir gehen da lang. Vielen Dank.